Man hat dir beigebracht, einen Schirm aufzuspannen, wenn es regnet, um dich vor Wasser zu schützen. Doch hast du einmal gespürt, wie der Regen deine Haut sanft besprüht? Oder wie er mit jedem Tropfen auf dein Haar klopft, bis es durch und durch pitschnass ist? Hast du Sturm, Blitz und Donner in der freien Natur erlebt? Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn deine Kleider ganz durchweicht am Körper kleben? Und damit du nicht kalt wirst, musstest du schneller laufen und endlich kamst du in ein Haus. Hier war es trocken, windstill und warm. Ja, du hast es vielleicht schon erlebt und vor allem überlebt. Vielleicht hattest du ein Schnupfen, brauchtest ein heißes Bad, warmen Tee und etwas Ruhe. Und bei allem hast du selbst erfahren, wie lebendig du dich dabei fühlst. Alles das passiert dir nicht, wenn du auf Nummer sicher leben willst. Ein Held sucht das Abenteuer, liebt es und er will über sich hinaus wachsen. Immer und immer wieder fordert er das Schicksal heraus. Also, wenn du dich ohne Schirm dem Leben öffnest, machst du ganz andere Erfahrungen. Und wer weiß, beim nächsten Regen willst du vielleicht deine Schuhe ausziehen. Du willst das Wasser mit deinen Füßen spüren, durch das nasse Gras streifen und mit den nackten Zehen in Pfützen platschen. Uns allen alles Gute auf unserer Heldenreise. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und auf Wiederhören.